Hamilton feiert das Viertel aus mit Models und Neymar Er hatte keine Chance in Singapur, aber Lewis Hamilton nutzte sie. Eiskalt. Vom fünften Startplatz raste der dreimalige Formel-1-Weltmeister nach dem Kras der Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Kimmerich Köhnen auf 1 und zum Sieg. Und düste nach dem Triumph inklusive der nun komfortablen 28-Punkte-Führung vor den letzten sechs Rennen ebenso schnell wieder zurück nach Europa. Dort ließ es der 32-jährige Brite in London keine 36 Stunden nach Rennende auf einer Party krachen, auf einer Festivität des Love-Magazins, wie die Daimai jetzt berichtete. Mit am Tisch im Restaurant Zuma, Fußball-Profenium A, mit 222 Millionen Euro Ablöse vor wenigen Wochen vom FC Barcelona zu Paris St. Gemein, PSG, gewechselt. Der Brasilianer war eigens aus der französischen Kapitale mal kurz nach London gejettet, um mit seinem Kumpel Hamilton dessen respektable WM-Führung zu feiern. Mit von der Party-Partie im noblen Stadtteil Knitspriedke, das ungarische Victoria's Secret-Model Barbara Palvin, 23, die auch schon als Schauspielerin im Epos hier cooles Auffiel- und bei Staragentur-EMG unter Vertrag ist. Und auch Aktrisse, Model- und Popsternchen Rita Ora, 26, Rod Reitno, tauchte auf. Mit Neuma verbindet Hamilton offenbar eine tiefere Freundschaft. Umso schöner war es für Hamiltonen, dass der 25-jährige wie er auf Instagram schrieb, My Brotter Frohme an Otter Mote trotz seiner angespannten Situation nach seinem schlagzeilenträchtigen PSG-Transfer und dem Neuzov mit Paris-Star Edinson Cavani, wegen des Nummer-eins-Startes beim Elfmeterschießen, keine Mühen und Strapazen scheute, um mit Hamilton dessen besondere Freude nach dem Singapursieg über Vettel zu teilen. Zwar war der Mercedes-Pilot nach dem sofortigen und extra langen Rückflug aus Asien, wie man an seinen Augen teilweise sehen konnte, noch körperlich etwas abgespannt, aber das legte sich mit zunehmender Partydauer. Deshalb ging es auch noch weiter in die Londoner Nacht. Im Klub-Zirke Leser ging die Feiermunder weiter, Hamilton inzwischen zusätzlich mit dem Mode-Venny Harlop 23, an seiner Seite. Immerhin sind bis zum nächsten Formel-1-Rennen in Malaysia noch knapp zwei Wochen Pause. Und Neumar muss auch erst wieder am Samstag in der französischen Elite-Liga in Montpellier antreten und hatte offenbar die Erlaubnis seines Trainers Unai. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020